Es ist einfach diese Analyse, diese Reflexion, dieses Evaluieren von Prozessen ist, glaube ich, in sehr, sehr vielen Fällen noch immer so eine, entweder man lässt das vielleicht extern machen, weil man sich denkt, naja, da hole ich halt irgendeinen Berater und der macht das schon, oder man macht es gar nicht, sondern man versucht halt nur so on the fly, wie man so schön sagt, zwischendurch was anzupassen oder zu ändern. Und ich finde, das ist deswegen problematisch, weil damit passiert ja auch ein bisschen dieses Bewusstsein Erlangen über diverse Probleme vielleicht oder Situationen, das gibt man halt freiwillig auf, indem man sich nicht damit beschäftigt. Und das ist aber der erste Schritt dann zum wirklichen Verändern, der dann quasi klappen kann, weil wie du es jetzt gesagt hast, ich muss, es reicht ja eben eine Stricherliste zu machen und dann sehe ich, dass vielleicht von Team A zu der Person gehen halt 70% der E-Mails. Und dann kann ich schon mal weiter evoluieren und sagen, okay, was ist denn in diesen 70% der E-Mails drinnen? Und wenn sich dann rausstellt, ja gut, das sind organisatorische Fragen zu 90%, dann kann ich mir vielleicht ein System überleben, das vielleicht eine Softwarelösung ist, wo ich dann eben mit Kanban arbeite oder mit diversen Automatisierungsfunktionen, wo halt Dinge vielleicht automatisch in den Kalender übertragen werden.